Jemand ist der Schrottplatz noch nicht abgebrannt, ne? Stell' mir vor, es vorher wird etwas zu dem kommen. Badere Übel. Gah, come on. Work with me. Au. Verdammt. Besser. Aber es braucht noch ein bisschen mehr Liebe. Ich kann diese Wäste salvagen. Oh man, wie heißt du dir etwas vertrauen? Nein, nein, ich frage ja nur. Freut mich, dass du dich für etwas interessierst. Mach weiter so. Ja, ist nett. Ist nett. Freut mich, dass sie sich für etwas interessiert und freut mich auch, dass er sich für das interessiert, was sie sich interessiert. Das ist eine gute Herangehensweise. Willst du mich schon wieder zulabern, dann mach ich das Ding direkt wieder raus, Digga. Oh, never mind. Skip. This thing is going to the fuck up. Hi, Fans. Now, Skip. I understand you work as a security guard at Blackwell Academy. Is that true? Uh, yeah. Uh, that's, that's true. I can definitely see some problems. Shut the fuck up. I just need to match. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Who said rules? Nailed it. Who said rules? I feel like I need to know. I feel like I'm here, I feel like I'm here. That's the point where I need to know that, because I'm on the other side with you alright. I feel like I'm on the break. ist mit einem zahnriemen fest sie gerät wahrscheinlich gut dass sie hier eine karre hat bei der man wirklich noch jeden scheiß selber machen kann denn bei einem heute auto von heutzutage würdest du sowas nicht mehr machen glaube ich schraubenschüssel eher nicht wahrscheinlich lieber einen schraubenzieher sie sollte zu irgendeinem elgenes herz rausgerissen das sollte helfen sich die blöde zu verbreiten gesundheit ist hinweis wegen luftqualität Feuer in Kummel Nation Nationalpark noch immer aktiv mittlerer bis schwerer Rauch erwartet begrenzen sie Freiluftaktivitäten alles klar aber die batterie habe ich schon ausgetauscht ja das ist kein problem wir haben ja eine zange denn der Werkzeugkasten hier hat alles was wir brauchen da 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 ... mit einem zufrieden elektrischen Schein. Das Ding sieht ziemlich gut aus. Ich denke, ich sollte weiter an etwas anderes gehen. weil ich ja nicht singt immer so ein power to the people was wäre eigentlich immer die mütze nicht aus dem anschuhfach geholt hätte in der wieso zwei hätte dann chloe jetzt nie die mütze aufgabt kann ich zündkerzen von jedem beliebigen auto einfach ein anderes reinstopfen ich weiß ja nicht und sogar noch ein voller tank ja bei den preisen ist das ja gold wert im wasser des wortes der schraubenschlüssel leider der sonst hier im zinsschloss coole sache ach wir können uns umsehen oder ne können wir vielleicht nichts nur die sachen die doch da rumliegen oh ist das ein gutes outfit your hair it's so badass i was gonna say hot but yeah badass too interesting choice and shirt too oh yeah thought you'd like it it involves fire hey not sure if you saw but someone moved your truck was should we check it out oh hey price nice wheels kann man so sagen you're early frank what's the occasion it's his fucking bar mitzl ah der typ weiß what's he doing here stress what do you think we're not dealing with a couple of dime bags anymore chloe where's the money junge what the fuck seriously frank if you think i would pocket a thousand bucks of your money you're even dumber than you look das sind doch nicht mal meine schulden alter warum hänge ich da jetzt mit drinnen ernsthaft mal ich glaube sie hat es natürlich nicht es ist lustig wie sie wie ihr zwei Freunde seht du hörst was mit Drew ich hab nicht mit dir geredet ich hab mit Frank geredet impulsiv ja wegen dem starken Unterschied Frank Frank says you were asking about a client of his that true oh young yeah it's true i don't see why you should give a shit you don't maybe i'll show you see you two nancy drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business i didn't go to a fancy academy but that doesn't strike me as smart maybe it was this man's this man's position that confused you but he's got a whole other side to him that i don't think you'd like should we let them see it we're just talking here okay okay then let's talk i want to know right now why you give a shit about this woman why why do you care so much because fuck you i'm asking the question certainly get out what look none of this matters all we care about is that you stop asking questions got it no tell me where she is now rachel wait a minute no way what the fuck is your pro rachel? as in rachel amber? hm that makes so much sense this is james amber's fucking kid damon your dad's a real piece of shit you know we're aware not sure what that has to do with us me neither but i'd like to find out hmm here's what happens next come on man they're just kids no they're not this one is the fucking da's daughter and right now she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about damon calm down we're still talking everything's still cool no need to get crazy ah ah oh shit oh 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 Jetzt! Hold on! Shit! Shit, shit! Hey! Hold on, okay? Rachel? No! No, I'm not losing you. Ahh! Always said I was a good kid Always said I had a way with words Never knew I could be speechless Don't know how I'll ever break this curve Burn it down, burn it down, burn it down, burn it down Mama told me all of this is Just a place we have to settle for Less than anything we dream of Will continue to be disappointments I feel down, I feel down, I feel down, I feel down Tr ImproveN 900 I feel like a fever Rachael Is going to be alright The knife damaged her brachial artery But didn't cut it She's had a surgery And now she's resting Chloe, was ist passiert? Ich weiß nicht. Alles passiert so schnell. Der Mann, du hast einen Pfeil. Daemon Merrick. Warum hat er dich so viel hate? Ich weiß genau, wer Damon Merrick ist. Das ist wahrscheinlich das Problem. Hast du und Rachel versucht, Sarah zu kontaktieren? Ich werde dich nicht schastieren oder blöden, Chloe. Aber ich brauche die ganze Geschichte. Also... Ich habe meinen Bewerber, um uns zu treffen. Seitdem er Sarah kennt. Frank. Ja. Das ist richtig. Aber... Damon kam mit ihm. Was wollte Merrick? Ja. Ich denke, er wollte uns so we'd stopper asking questions about his business. Ist das wie es war, wie es wurde? Ja. Wenn er das out, Rachel war die D.A.'s daughter... Er... 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 Und wie wusste er, dass ich ihr Vater bin? Ich nannte sie Rachel. Und du hast es von dort heraus gefunden. Es ist nicht dein Problem. Was passiert next? Daemon hatte ein Knife, und wir alle sahen es. Aber dann sagte er etwas, was Racheal auf. Und sie sahen ein Stück von Wooden und sah ihn. Und dann hat er sie. Ich denke, dass ich vielleicht etwas hätte. Aber... Wenn er sie hat, ich schlauze. Es ist nicht dein Problem. Aber ich weiß nicht, was passiert. Und dann... Wir waren hier. Ich vernehme, dass du mir die Wahrheit erzählst. Ich weiß nicht, dass ich ein paar Stringen mit Ray schlauze. Vielleicht kriege ich dich zurück in Blackwell. Wow. Ich glaube nicht, dass es etwas verbringt, aber... krass. Was ist das, wenn Rachel immer noch mal wieder mit Sarah besitzt? Nachdem, das alles... Ich hoffe, dass sie endlich mal sehen. Ich bin gesagt, dass wenn Rachel nur ein paar Minuten später gekommen ist, sie nicht hätte... Dankeschön, Chloe. Du hast meine Welt geholfen. Es wird ein bisschen Zeit, bevor Rachel wächst. Ich versuche, ich werde dir wissen, was sie macht. Okay. Danke. Oh. Ach, sie ist wahrscheinlich wegen Mikey gerade hier. Hey. Steph. Wie ist Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well. Our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Sure. Definitely. I don't think I can sit still any longer. I might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Ich glaube auch. Haben wir irgendwo eine Uhr? Wie viel Uhr ist das denn? Hm. Zeigt mir mein Handy nicht nur an? Nee. Heh. Damit. Zumindest sagen wir wie viel Uhr ist das. Will ich mir das eine, sieht die der Obdachlosen aus Life is Strange 1 sehr ähnlich. Ha. Ha. Haut mal in die Kommentare Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die der Obdachlosen aus Life is Strange 1 sehr sehr ähnlich sieht. Sean Prescott. Was hat er zum Krankenhaus geschrieben? Hm. Ist das wirklich? Verwaltungsleiter Hofstadter. Einer ihrer derzeitigen Patienten ist Andrew North, ein Schüler der Blackwell Academy, der auf dem Schulgelände verletzt wurde. Da die Sicherheit der Schüler eine der drei Kernverantwortung einer jeden Schule ist, enttäuschte Blackwell in dieser Instanz, Mr. North. Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen. Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern sie bitte nicht mich zu kontaktieren. Sean Prescott. What? Ehre. Was hat er mit Drew zu tun? Warum? Nur wegen dem Ansehen der Schule? Und was interessiert ihn das? Ansehen der Schule? Weil wenn das Ansehen der Schule leidet, auch sein Ansehen leidet, weil sein Sohn auf diese Schule geht? Franks-Business muss sich aufbauen. Scheiße. Ich hoffe wirklich, er ist okay. Wenn sie die Anamnese der Patienten aufnehmen. Danke. Oh fuck. Oh shit. Ich kenne diese Leute. Oh ja. Das sieht nicht aus wie die Maternity-Wing. Da ist ein Zeichen für die Pränatal-Klasse. Ich kann nicht glauben, dass wir das endlich machen. Ich bin so begeistert. Du bist ein guter Vater. Ich glaube, ich bin glücklich, dass wir ihren Wein schlafen haben. Okay. Alles klar. Notaufnahme ist direkt neben dem... Neben der Bindungstation, ja. Nice. Ah, der eigenen Ohr. Oh, das sei klar. Ja, Frank hat richtig reingeballert. Richtiger Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann. Und was über Damon? Ist er... wird er nach uns kommen? Ich fühle mich besser, zu wissen, dass James Amber auf seinem Fall ist. Ach. Das ist... weird. Warum ist das weird, Alter? Der Typ ist absolut korrekt und hat nur probiert, das Richtige zu tun, um seine Tochter zu beschützen. Ich weiß nicht, ob ich dasselbe getragen hätte, aber ich hätte auf jeden Fall dieselben Ziele gehabt. Alles zu tun, um meine Tochter zu beschützen. Von daher, was... Was willst du ihm vorwerfen? Ganz ehrlich, was willst du ihm vorwerfen? Ihr müsst mal nur eure Uhr gucken. Da fehlen ein paar Zeiger. Gern geschehen. Eine weitere Stunde wartet und ich hätte das gelesen können. Wenn ich schlafen will, muss ich mich beschäftigen. Komm schon. Nicht, dass ich keine Koine habe. Oh Mann. Jackpot. Das würde die Dame am Empfang vielleicht nicht so mögen. Oh boy. Sollen wir noch für einen dritten gehen? Dann kriegen wir glaube ich Ärger. Ach rein da, Alter. Komm wir haben so viel durchgemacht, das kann man glaube ich durchaus zählen lassen. Ja. Danke. Direkt verschlungen. Ich will etwa 20 mehr davon. Gib deinen Dreck auf. Ist das nicht ihr Ernst, oder? Da ist ein fucking Mülleimer. Hä? Da war doch gerade ein Mülleimer. Okay, da ist kein fucking Mülleimer direkt daneben. Das ist ziemlich dumm. Da sollte ein Mülleimer daneben sein. Egal. Steckst dir die Hosentasche, Alter. Und jetzt noch Graffiti dran spieren, oder was? Ich kacke ab. Du willst mich doch verarschen. Oh fuck me ey. Bist du noch hier? Wir sind in den Zimmer 785, falls du es vergessen hast. Cool. Es ist 13 Uhr. Es ist 13.30 Uhr. Wir waren hier seit 5 Stunden. 5 Stunden im Krankenhaus. Ich denke, dass dieses Mülleimer verbessern könnte. Oh ja. Ich verstehe es. Jetzt. Ich brauche meine Vorzeppen, um dieses Baby-Ruth zu extraktieren. Ach, am Auto, am Schrottplatz, oder? Ja, locker am Auto. Ah, God fucking damn it, ey. Ich habe nicht so viele, dass dieser Frau und Vater sterben. Und der Einzelne beschrieb, wie ich falle. Das ist so ein Bullshit hier. 785, ah ja. Da, wo der Vater davor steht hier. Ich hoffe, Drew, ist das Drews Room? Jawoll. Oh, stimmt. Das fängt mir jetzt erst auf. Wenn man nicht dazwischen geht, äh, genau. Wenn man nicht dazwischen geht, liegt Drew hier. Wenn man dazwischen geht, liegt Mikey hier. Stimmt. Crazy. Ist das Mikey und Drews Vater? Ich frage mich, wie er geht. Okay, dann. Danke. Hallo. Mr. North. Das ist ich? Und du bist? Ich bin Chloe. Hier, um Drew zu sehen? Ja. Ja. Well. Es war schön, dich zu treffen. Gleichzeitig. Ach, das beendet jetzt schon direkt das Gespräch? Ups. Äh. Ich fand's jetzt nur seltsam als erstes, direkt zu fragen, was abgeht. Kann ich da jetzt nochmal? Ne. Ha! Ups! Rachel ist für mich. Ich sollte nicht hier zu lange bleiben bleiben. Chloe, James Amber hier. Rachel ist gerade aufgewacht. Sie würden sich bestimmt gern sehen. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist natürlich eigentlich der Punkt, wo ich normalerweise natürlich jetzt zu Rachel gehen müsste. Ne. Ist ja logisch. Aber wir müssen doch kurz bei Drew vorbeigucken, Leute. Das ist jetzt halt leider so. Ach du Scheiße. Du hast es geschafft. Oh. Hey Chloe. Hey, Drew. Das Blatt da hinten, Alter. So. Was hast du all den Tag gemacht? Ähm. Nicht viel. Arbeit. Mit meinem Vater. Ja, ich hab's. Dein' mit den Dumb Jokes ähm. About the. Plate on my leg. Hach. Sorry to hear it. Hach. It's. It's all good. Hm. Love the hair by the way. Pretty Cool. Mhm. Mhm. I bet you look cool with a little color. Oh, why not? Das ist die ganze Zeit, das ist es. Das ist die ganze Zeit. Was? Nein, nein, nein. Ja, du hast richtig Bock. Vielleicht... Ich sollte nicht Damon haben. Rachel ist für mich wartet. Ich sollte nicht hier zu lange bleiben. Ja, aber ein bisschen müssen wir, glaube ich, noch. Das ist alles drin. Ja, wie geht's lotion? Das ist mein Schlaungsrecht.